Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Wir haben Ihnen die traurige Nachricht mitzuteilen, dass das Videoamt von YouTube gelöscht wurde. Gelöscht. Wir rufen hiermit zur Solidarität mit dem Videoamt auf. Boycott Education rufen auf zur Solidarität mit dem Videoamt. Das können und dürfen wir auf dem Videoamt nicht sitzen lassen. Wir werden kämpfen bis zum letzten Video. John Cognito, wir halten zu dir. Dieses Google-Google nicht mit uns. Nicht mit uns. Boycott Education rufen sie für das Videoamt. Joe? Joe! Joe! Du bist nicht allein. Wir halten zu dir. Joe! Joe!